Die Russen werden es nicht unbeantwortet lassen. Das wird unschön. Allerdings. Aber in den Augen der Welt sind sie die Opfer. Niemand wird es stören, wenn die Russen auf Amerikaner einschlagen. Makarov war ein Zug voraus. Jetzt hat er Tausende von Leichen zu Füßen eines Amerikaners hinterlassen. Nur wir wissen, dass es Makarov war. Unsere Glaubwürdigkeit ist mit allen gestorben. Wir brauchen Beweise. Folgen Sie der Kugel. Alejandro Rojas. Nie von ihm gehört, Sir. Sie kennen ihn als Alex der Rote. Er hat alles vorbereitet. Eine Kugel löst den Zaun einer ganzen Nation aus. Was bedeutet... Hier ist unser Ticket zu Makarov. Zugriff. Part 5. Jo, mein schwarzer Freund. Was geht's? Hoffentlich hätte ich mich jetzt besser... Oder den Musiksound vom Spiel. Ich habe mir das ein bisschen hochgekurbelt. Aufgekurbelt. Wow! Boah! Boah! Was soll ich... Was? Äh... Äh... Soll ich jetzt aussteigen, oder was? Soll ich jetzt aussteigen, oder was? Ja, 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 ja! Du kannst wohl nicht selber fahren, was? Da steifen wir auf dem Weg! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja. Du kannst wohl nicht selber fahren, was? Für eine Waffe? Ah ja, okay, ich dachte es wäre ein Sniper. Ghost! Ein Geist! Ich war so ein Spannender wie du, aber dann habe ich ein Schroding in den Knochen genommen. Kämpfe sich durchs Elendsviertel und fange sie Rohjahs. Rogers. Roger! Roger, Roger. Alles ist so gut. Was? Tut mir leid, ich kann kein Portugiesisch. Mein Freund kann ein Portugiesisch ein bisschen, aber ich nicht. So, tschüss. Wohoho. Na, versteckst du dich hier vor mir? Was? Hier versteckt halt alle vor mir. Ah! Alter, von wo kommen jetzt die Schüsse? Ah, Granate, ich muss vorsichtig sein. Hallo, da war doch ein Feind, ne? Ah! Ah! Da, 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 steckt hinter mir. Okay, ich muss runter, ich muss runter, sonst gehe ich da auf. Okay. Hi! Hi! Wow! Okay, erstmal wieder, äh, erholen. Im Gegensatz von dem hier. Was macht man hier denn da? Ich, ich hab super geschossen. Total daneben. Hm, hey, für euch. Ich hab, äh, mein Geld nicht bezahlt. Hier, das ist für euch. Ja, ist, äh, wieder Gutmachung. Ah! Ich seh die Feinde nie und die treffen mich immer so gut. Äh, ne. Hier, bitteschön. Na? Wah! Hey, ich brauch ein bisschen Hilfe. Meat. Ich hab Hunger. Give me a little bit meat. Ah, ah, ah. Wow! Vorsichtig, wow, ha, ha, ha. Das muss ich gerade sagen. Ah! Hallo! Hallo! Oh, sorry, Meat. Oh, ich hab Meat umgebracht. Egal. Oh, oh, oh. Das ist viel schwerer, als es aussieht, Leute. Wenn man nie weiß, woher die Schüsse kommen. Ne? Kumpel. Ah! Albert Einstein. Ja, ist klar. Wow! Es reicht, das war es nicht hier einfach durch. Ohne Rücksicht auf Verluste. Okay, das habe ich nun davon. Oh, oi, 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 oi. Okay, ganz vorsichtig sein. Taktisch vorgehen. Da oben sind welche auf den Dächern. Die haben mich wohl die ganze Zeit beschossen. Ich bin froh, das ist, dass ich gestorben bin. Na los, ich krieg dich schon. Verstecken hier ist sinnlos. Sind auf den Dächern sogar noch. Oha. Schlaue Burschen. Lebt er noch? Habe ich ihn erwischt? Ich weiß gar nicht. Hallo. Waa! Ich sollte weniger Hallo sagen. So mache ich nur die Feinde auf mich aufmerksam. Ha, da ist doch ein Sniper, oder? Ja, genau da. Äh, ja. Ich versuche mir jetzt mal die Sniper zu holen. Die wäre hier, glaube ich, von Vorteil. Grenade! Na? Boah, die sind echt gut versteckt. Kompliment. Ja, ja. Geduldig, noch ein wenig. Boah, zum Glück, ich speichere es. Ey, du! Warte, wo ist noch mein Nackkampf? Ich wusste nicht, wo der Nackkampf ist. Tut mir leid. Okay, wo ist noch mein Nackkampf? E, okay. Aha! Wo ist denn der Mietz? Ich habe Hunger. Und tschüss. Ja, erstaunst du, was? Was hast du denn für eine Waffe? Ich nehme sie mal. Ach so, F. Naja, das ist, glaube ich, die gleiche, wie wir haben. Los, dass meine Feuer besser war. Hallo! Oh! Jetzt habe ich mich erschrocken. Da! Grenade! Oh mein Gott, wie viele Feinde sind denn da noch? Und für Milizkämpfer kämpfen die ganz schön gut. Oh, ich glaube, das war ein Zivilist. Dann lass ich ihn leben. Oh, Granate! Ein bisschen mehr Rennen. So ungefähr. Jetzt würde ich sagen, ich will mehr Rennen. Hallo, ich bin hinter dir. Ja, erinnert mich irgendwie an Driver 3 in Istanbul. Ahaha! Egal, zum Glück war hier ein Autosave. Max2in. Max2in, wer ist Max2in? Hallo! Hast du eine Waffe? Ja, hat er. Uff! Achso, da komme ich her. Eigentlich einfach das Motorrad da nehmen und dann die ganzen Feinde per Drive-Bikeln. So wie im letzten Level, ähm, vorletzten Level. Scheiße. Oh, die können ja echt super zielen. Normale Milizkämpfer. Schnell, 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 schnell. Was ist das? Ach, das ist Mr. Acha Buchsternal, lad. Nein, weil es ist in der Brasilien. Da ist er. Fiva Gonzales. Na? Hä? Ich dachte, es wäre ein Feind, der sich gerollt hat. Dann ist es nur Schlamm oder sowas. Fail. Hinten. Hinten. Da auf dem Dach auch noch. Hier auch. Na? Da auch da oben. Hier auch noch. War es das jetzt? Oder wollen noch ein paar sterben? Oh, hi. Entschuldige, irgendwie ist der Finger ausgerutscht. Ich wollte dich gar nicht erschießen. Ich wollte ihn nur am Visieren. Er ist nach Westen unterwegs, entlang der oberen Ehrensviertel-Ebenen. Wir sorgen dafür, dass er nicht zu uns zurückkommt. Schneiden Sie ihm oben den Weg ab. Wir haben keine Zeit für Verstärkungen. Sie müssen das selbst regeln. Viel Glück, Ende. Oh Mann, jetzt bin ich auf mich allein geregelt. Schnauze. Wo kommt die Granate her? Wo eine Granate ist, da ist auch ein Feind. So, und hier noch eine Flasche als Zusatzgeschenk für euch. Oh, hi. Ein bisschen, äh. Ich räume mal ein bisschen auf, okay? Oh, ich wollte ein Messer. Ich vergesst ständig, wo ich ein Messer habe. Hier ist es immer, okay. Ich muss mir eh merken. Geht jetzt für etwas aus der Nähe killen. Habe ich noch eine andere Waffe? Eine ist rot. Oh, hi, Hundi. Frank hat einen Hund von sich auf mich gehetzt. Seht ihr? Ach, laden. Die Waffe ist doch schrott. Wo ist meine alte? Hier. Na, hier. Oder ist es meine alte? Ja, sieht ganz danach aus. Wah, ho, 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 ho. Erschreckt mich doch nicht so. Ich bin doch jung. Ja, genau du. Erschreckt mich doch nicht so. Und Granaten auf mich schmeißen, also. Hier, bitte. So. So schmeißt man Granaten. Okay, hey, du lebst ja noch. Er hat mich ein bisschen survival-mäßig an MW3. Na, wo ist denn da jemand? Hallo? Kann ich es nicht lesen? Ist es ein W und M? Yeah, WM 2014. Wo ist denn das noch? In Brasilien, ne? Die fallen schon mal vor wegen der WM. Und tschüss. Ich glaube, die WM wird an Brasilien gewinnen. Kann ich da rein? Ne, ich glaube nicht, ne? Kommt da leider nicht rein. Wo geht es denn jetzt weiter? Er klettert auf ein Dach und trägt einen schwarzen Sack. Da geht es weiter. Ne, tut es nicht. Verdammt, wo geht es denn hier lang? Da. Geht es hier weiter? Ne, ich dachte gerade, da wäre ein Eingang mal wieder Schatten. Der war ein bisschen schwarz. Weißt du, wo es weitergeht? Hm, anscheinend nicht. Ich glaube, ich muss wieder zurückladen. Wo geht es hier weiter? Ich weiß doch gar nicht, wo es weitergeht. Ich glaube, es ist nur zurück, Philipp. Ich bin nicht da was. Ach, hör auf zum Motzen. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Und es geht hier nach rechts weiter. Ah ja, hier scheint es weiter zu gehen, oder? Yeah, spielen wir Fußball. Hö, hö, hö. Ronaldinho und... Tor. Hm, schönes... Schöne Dinger da an der Wand. Wie heißt das in Graffiti? Würde ich nicht sagen. Ich glaube, solche... Malereien kann man sagen. Keine hochjumpen. Hey, da ist ein Auto. Was ist denn das für ein Auto? Mazda. Ist ja lustig. Fass. Der schlägt den Fass im Boden aus. Haha. Wie komme ich da hoch? Muss ich auf den Dächern jumpen, oder was? Ach, hier geht es weiter. Oder komme ich da her? Ne, hier geht es weiter. Oder? Boah, ich habe keine Ahnung. Ja, hier geht es weiter. Wow. Scheint geht doch nicht so. Ah! Okay, ruhig bleiben. Ah. Na, wo ist denn da noch jemand? Da ist so ein Sniper in der Nähe. Ich habe es genau gehört. Bist du der Sniper? Nein. Bist du der Sniper? Nein. Und wenn doch, dann ist es ein Noob-Sniper. So, was kocht man denn heute schönes? Oh, das ist ein Schlüssel. Ich dachte, es ist dann so ein Pfandling. Ah, ja. Was kocht man denn schönes? Bei beide im Ofen koche ich nicht. Das ist ja eine Beleidigung. Das sind drei Stück. Weißt du was? Hier wird. Ganz einfach. Nein, nicht ganz einfach. Ganz schwer. Sehr schwer. Wow, ho, ho, ho. Okay, Noobel. Langsam. Von wegen langsam. Die treffen hier wie ein Aim-Bot. Schnell da rüber. Hey, ich will hier meine Ruhe. Ich bin gerade auf dem Klo. Auch wenn es dann nicht aussieht. Das ist ein Klo. Ein reiches Klo. Ah, hier ist das Klo. Äh. Äh. Stinkt es hier. Upp. Schön, dass du die Fenster aufmachst. Morgen wohl genießen. Wenn wir schon über morgen reden. Hi. Tja. Hallo. Da oben seid. So. Ruhig bleiben. Was ist denn das für eine Waffe? Sieht aus wie in der MG? Ist auch richtig. Wahrscheinlich auch in der MG. Ich muss mir mal hier einen Sniper holen. Oh, hi. AK-47. Ja, AK-47 nehme ich mir mal. So, nachladen. Da oben. Ja, euch habe ich vorhin schon gesehen, ne? Ihr habt es vorhin auf mich geknallt. Und tschüss. Da ist noch einer. Und nach, wo ist noch einer hier? Hier in dem Haus da drin. Hier hat eine gerade eine Granate geschmissen. Ich glaube, die AK ist ein bisschen ungünstig. Ich brauche eine zielgenaue Waffe mit so Zielvisier. Ich glaube, ich bleibe bei der. Die ist viel besser als die AK für meine Verhältnisse momentan. Denn die kann viel detaillierter schießen. Genauer meine ich. Okay, genauer. Genau ist hier das treffende Wort. Hallo. Oh, hi. Verstanden. Gut. Wir treiben ihn her für hier aus der Seite des Hügels. Halten Sie die Augen nach hoch aus offen. Er kommt über die Dächer. Hey. Dan-da-dun. Wohoho. Ja, ober. Ich will ein Bier. Akimbo. Ich habe mir einen Held gegeben. Boah. Die sind aber ziemlich sicher, dass ich dort bin. Sonst würden die nicht auf mich schießen. Ich habe ihn in den Weg abgeschwitten. Er muss nach Westen über die Dächer. Ich verstehe in den Bahnhof gerade. Ich höre gar nicht zu, was die gerade sagen. Schieb doch keinen Stress. Stress ist der größte Feind. Besonders für diese Verhältnisse jetzt. Wohoho. Er ist über den Frauen. Ich bin dran. Roger. Ich gehe links rum. Hm. Wo. Kann man hier nicht mal in Ruhe schlafen? Hä? Wo sind sie? Er nährt sich Ihrem Teil des Elendsviertels. Weiter. Los. Los. Roach. Ich habe noch was gefunden. Er versucht zu entkommen in Ihre Richtung. Nicht auf ihn schießen. Wir brauchen Leben und Unfall. Da oben. Raketenmerfer was? Oh. Hier ist auch noch einer. Roach. Wir schneiden ihm oben auf den Fügel im Gegner. Weiter in dieser Richtung. Ja. Chill ruhig. Chill. Wir haben Zeit. Tut das so, als würde ich gleich sterben. Oh. Ich sterbe gleich. Da oben war einer. Er hat auf mich geschossen. Genau der. Und fliegen kann er. Sehr schön. Oh. Hohoho. Oh. Oh. Crap. Drei Stück. Scheiße, scheiße, scheiße. Runter. Runter. wenig munition scheiße das ist nicht gut jetzt muss ich mit meiner shotgun wechseln die nicht gerade auf distanz basiert ist ich habe jetzt die akimbo genommen und bin durch den fallschaden getötet worden ist ja echt geil hier muss doch irgendwas liegen was ich nehmen kann irgend so eine fernen distanz war von den fallen die ich da gekippt habe wo ich hier war keine gute idee ich glaube ich schmeiße mal die granate aus vielleicht ist wichtig hier jemanden eine blender cosa wo sind sie denn ach da sind sie ja verschwendet durch eure munition das kommt mir recht diesen schatten erst mal warten bevor ich hier weiter agiere wäre doch gerade eine waffe zum einsammeln da oben clever clever verdammt ich habe immer noch keine neue waffe ich mache es mal so vielleicht erwischt ich den ja ich glaube nein habe ich nicht erwischt jetzt habe ich ihn erwischt jetzt brauchen wir mal eine waffe auch wenn es in einer ak ist danke gut dass die nachgeladen ist wo da oben war mensch sind wir als in sich vielleicht erwischt ich die mit einer granate verdammt 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 oder oben leute da kommt so hoch traut euch nein traut euch nicht geht es weg bleibt es weg ich muss noch regenerieren wir haben es mal ganaten zielen verdammt wie soll ich mit einer schrutt gegen solche so hoch liegende feinde ankommen ich bleibe da lieber drin was habe ich ihnen hier noch gar nachten nur ohne munition zu feiten ist scheiße hier war eine waffe war eine uzi glaube ich ne mini uzi perfekt so ich muss immer in bewegung bleiben erwischen die mich nicht wo 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 da oben das ist so lange in bewegung bis ich die feinde erwische oder bis die feinde sichte und dann abknallen kann der ist mir ein dorn im auge und der hinten der hinten auch scheiße bin ich jetzt gelandet ach ich bin dann so ein mini da bin ich wieder so hey hier ist auch noch einer scheiße tja pass auf deine deckung auf mein freund g18 was hier könnte ich auch gebrauchen das war noch besser ist die uzi jetzt ich wette der ist für jeden längst gekommen wo kommen die schüsse her darf von ganz oben headshot man die hat nur so er hat den falschen lauf kann ich denn irgendwie umstellen kann man auch mit dem maus das rad schmeißen muss ich gar nicht er darf nicht umkehren er ist wieder über einen taum gesprungen der hat sich dem harten in dem kristelt vereinsicht sich gut boah die ist ja ideal für das level hin mit dir ha 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 hier bravo 6 wir haben das paket der himmel ist frei den heli sofort schicken das kommando hört nicht auf uns wir sind auf uns allein gestellt